Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der Elektronika 2014 in München. Ich begrüße heute bei mir Herrn Kerr Ball von der Firma Lacroix Electronics. Herr Ball, willkommen auf unserem Stand und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns zu sprechen. Wir kennen die Firma Lacroix, haben in verschiedenen Interviews schon darüber gesprochen, aber ich möchte mich ein bisschen über Ihre Kunden unterhalten und die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden, wie Sie das angehen. Traditionell, und das passiert heutzutage immer noch, kommen viele Kunden mit einer Spezifikation und sagen, das möchten wir so haben, wie viel kostet das, wie können wir das machen. Produkte werden immer komplizierter und Innovation steht immer höher auf der Ebene von Kunden. Wie gehen Sie damit um? Das ist eine sehr interessante Frage eigentlich. Es geht um Innovation und eine Kunde kommt zu uns, um ein innovatives Produkt auf den Markt zu bringen. Und jeder versteht etwas anderes mit Innovation. Man kann sagen, okay, das ist eine Produktinnovation, man kann sagen, das ist eine technische Innovation, man kann auch sagen, das ist eine Organisation-Innovation oder Supply-Chain-Innovation. Bei Lacroix sind wir jetzt zu dem Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, je früher wir mit dem Kunden reden, desto besser es ist. Und das bedeutet was? Das bedeutet, dass wir eigentlich Innovations-Support-Workshops gemacht haben mit Kunden. Und von Anfang an, wir sind noch bei dem Konzept-Phase oder noch früher, es gibt nur eine Idee. Und der Kunde hat eine Idee und er weiß, was er will in ein Jahren, zwei Jahren, drei Jahren. Und dann ist die große Frage für ihn, wie kann ich das am besten umsetzen. Selbstverständlich erkennt er seinen Markt sehr gut, er weiß, was er braucht, aber die Umsetzung ist nicht so klar. Und dann, es gibt diese Sagen, diese traditionelle Art und Weise zu machen, das ist nichts anderes, als zu sagen, okay, ich bin der Kunde, ich frage nach einer Spezifikation, das macht entweder meine Entwicklungsabteilung oder ein Designbüro. Und sobald ich diese Spezifikation bekomme, kann ich zu gewissen EMS-Partnern gehen und sagen, okay, was kannst du für so etwas als Angebot machen. Und das ist selbstverständlich etwas, was man immer heute sehen kann. Aber wir haben auch jetzt viele Kunden, die vom Anfang an denken, ja, lassen wir diese Last-Helf- oder Spezifikation an der Seite. Wir wollen mit Lacroix über diesen Innovations-Support-Workshop die Themen besprechen, wie können wir so eine Idee in Realität bringen. Okay, und das geht wirklich zu Vision, von Vision zur Realität da. Und wir reden dann eigentlich in diesem Workshop Top-Management mit Top-Managern von beiden Seiten. Weil selbstverständlich, okay, beide Partner sollen dahinter stehen, am Management-Ebene. Aber dann geht es auch um Entwicklung, um Konstruktion, um Sales, selbstverständlich, Vertrieb. Und auch um Design, Software, Hardware. Und alle diese Leute können zusammenreden, okay, von beiden Seiten. Und das bringt eigentlich etwas sehr Interessantes. Am Anfang, jeder hat seine Idee und sagt, ja, so muss es sein. Und wenn wir dann eigentlich mit guten Gesprächen die Themen führen können, plötzlich man sieht, ja, so hatte ich nicht gedacht. Aber wenn man so macht, dann können wir wirklich da kosteffektiv dahinter arbeiten und produzieren. Und plötzlich, Sie sehen, okay, von einer Situation am Anfang, wo jeder hat eine klare Linie. So muss es sein. Man sieht, wenn der andere besser versteht, was der Erste will. Und plötzlich kommt da wirklich da etwas sehr Interessantes. Und das ist, was wir machen in unserem eigentlich Innovations-Support-Workshop. Und von da kommt plötzlich eine Spezifikation. Und diese Spezifikation ist eigentlich schon abgestimmt von Anfang an, okay, mit der Art und Weise, wie können wir das optimal produzieren. Am Ende des Tages, okay, wir sind bei La Croix, eine CDM-Dienstleister, das ist ein Kontrakt-Design-Manufaktor. Wir können Design machen, wir können fertigen, selbstverständlich. Und was sehr wichtig ist, was wir inzwischen haben, das heißt die Industrialisierung. Und das ist eigentlich die Schnittstelle zwischen Design und Produktion. Und jeder kann sehr gut verstehen, okay, wenn diese Leute wirklich am Anfang schon mit dem Kunden reden können, dann was kommt etwas toll auf den Markt. Und es geht da um Time-to-Volume, Time-to-Market und Qualität. Und das ist wirklich, was wir heute auf dem Markt sehen, als Innovation. Viele Kunden haben heute schon mit uns Gespräch. Willisch ist eigentlich ganz nah von Düsseldorf. Flughafen, Viertelstunde. So, das ist sehr praktisch für viele Kunden, zu uns zu kommen. Und wir freuen uns immer massiv, über solche Workshops zu reden und bei solchen Workshops auch Innovationen zu bringen. Und das ist eigentlich, was ich am, sagen wir so, das Wichtigste im Moment, was ich sehr oft mache. Es geht eigentlich nicht unbedingt um, ja, welches Produkt dahinter steckt. Okay, es geht um die gesamte Kette. Es geht um Produkte, es geht um Prozess, es geht um Fertigung, es geht um Supply Chain. Alles ist genau vordefiniert, damit es am Ende ein Produkt von dem Kunden auf den Markt kommen kann. Und der Kunde sagt, ja, das ist genau, was ich will. Das ist wirklich kosteffektiv. So kann ich auch mehr Marketshare gewinnen. So kann ich mehr Umsatz machen. Und wenn der Kunde mehr Umsatz macht, Lacroix kann nur davon glücklich sein. Ja, natürlich. Also ein ganzheitliches Konzept, wo nicht jeder Prozessabschnitt als Silo gesehen wird, sondern im Vorfeld schon abgestimmt wird. Hier ist ja das gesamte Supply Chain. So, das ist die Zielsetzung. Und wie kommen wir zu diesem Ziel in einer Zusammenarbeit? Genau. Im Grunde genommen, das ist was, was man da erinnern möchte. Und das ist auch wirklich etwas offen, okay? Es gibt keine blöde Frage, wie man sagt, okay, wenn ich so sagen darf. Es geht ganz einfach, dass jeder versteht, was der andere braucht. Und wie können wir das am besten umsetzen? Und so haben wir schon mit mehreren Kunden solche Workshops gemacht. Und man sieht am Anfang, okay, man sagt, naja, das wäre mir viel einfacher, so einfach eine Spezifikation zu schicken. Und wenn sie einmal das so gemacht haben, mit diesem Innovation Support Workshop, sie sagen, ja, das mache ich jeden Tag. Und das gilt auch nicht nur für Hardware-Leute oder Software-Leute, das geht auch bei dem Management. Und bei dem Management da selbstverständlich, okay, einen Weg zu finden, wo man eigentlich Time-to-Market sicher ist, mit den besten Preisen. Okay, jeder Manager oder jeder Geschäftsführer träumt davon. Und selbstverständlich, okay, das ist auch für die gesamte Firma ein großer Erfolg. Frage für Leute, die unser Interview jetzt zuhören. Haben Sie gewisse Case Studies vielleicht auf Ihrer Webseite schon, wo die Outcomes, also die Ergebnisse solcher Workshops... Ja, wir haben Case Studies, wir haben auch Kunden auf der Messe, die zu uns auch ihre Lösungen präsentieren. Und das ist selbstverständlich, solche Lösungen und solche Kunden zeigen, was wir zusammen entwickelt haben. Ja, reicht haben, ja. Okay, so, das ist eigentlich nicht Papier, das ist Realität. Ja. Okay, und ich kann nur sagen zu allen, wenn Sie interessiert sind, okay, Sie kennen La Croix, okay, ein Anruf kostet nichts und dann sehen wir weiter. Aber bitte warten Sie nicht, dass Ihre Lasthälfte fertig ist, um so einen Anruf bei uns zu machen. Das ist auf jeden Fall ein Umdenken von einem EMS-Dienstleister, wo Electronics Manufacturing vielleicht an erster Stelle steht, jetzt zu einem mehr serviceorientierten Denken und Ansatz für Kunden, wo das Gesamte viel, viel wichtiger wird. Hört sich sehr interessant an. Ich werde mir auch ganz bestimmt die Case Studies anschauen und ich glaube, es ist eine zukunftssichere Arbeitsweise, die sehr viel Sinn macht. Gerade in einem sehr innovativen Umfeld, wo man von vornherein schon diese Zielsetzung entdecken muss. Genau, speziell in Elektronik, okay, Innovation ist wichtig. Und da muss man sicher sein, okay, die nächste Generation von Produkten optimal definiert ist, entwickelt ist und produziert. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Noch viel Erfolg auf der Elektroniker und nochmal danke für das Gespräch. Vielen Dank.